Wie wird das? Ich krieg keinen mehr hoch. Ich bekomme keinen mehr hoch. Es handelt sich hierbei um Drachen. Wird alles für die Nachwelt festgehalten. Ja, würde ich sagen. So bekomme ich keinen mehr hoch, wäre ich Input-Dingsbums. Dingsbums-Input ist sowieso interessant. Jetzt sind wir. So, sollst du was sagen? Gut, dann erzähle ich jetzt die Unwahrheit, dann lüge ich euch nie wieder.